Es wird Harry. Soviel kann ich schon mal sagen. Mhm. Killer Gnu, da hinten. Aua, ey, 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 ey. Genau. Der übermütige Typ stirbt sofort weg, der Klassiker. Willkommen bei Tom Clancy's The Division Teil 2. Mit Warlords of New York DLC. Killer Gnu. Aus der Hölle. Und dann LMG. Auf die Gelenke, auf die Gelenke, auf die Gelenke. Ach, ist egal. Aufsache wir treffen irgendwas. Hey, ich hab mein Schild noch nicht gesetzt. Ich seh's jetzt erst. Ich hab grad kein Schild. Ich hab grad kein Schild. Ich muss ganz kurz hier rüber. Und in Deckung. Das ist sehr doof gelaufen. Meine Güte. Und ich hab das schon abgespeichert. Schild. Stürmer Schild. Stürmer Stürmer. Genau. Auf Q bitte. Und die Mods sind auch alle weg. Richtig? Richtig? Bin ich da? Aber... Ja. Sind natürlich alle weg. Aber... Das ist ja schnell gemacht. Flop. Und... Äh... Schadensbonus. Oder Regeneration im... Ne, Schaden. Aber so oft sind wir nicht direkt vor Gegnern. Sind wir tatsächlich nicht. Aktiv Regeneration. Ja, noch... Noch schneller regenerieren. Das ist gut. Mhm. Und Drohne kann ich grad nicht. Ne, aber ich kann das Slowdown überspeichern. Oh mein Gott. Wirklich. Sehr unangenehm das Ganze für mich. Es tut mir leid. Ich bin ja schon da. Ich bin ja schon da. So schlimm. Geht nicht. Das Video wird noch besser versprochen. Ich geb mir Mühe. Ja. Kram lass ich liegen. Okay. Es tut mir leid. Aber das Team ist voll. Ich werd bestimmt gleich rausgekickt. Ich stimme doch schon ab. Hi. Eine Rolle vorwärts zum Warmwerden. Und eine ganz komische Lichtstimmung hier. Vanilla Sky oder was? Ich mag ja den Film. Es ist ein Guilty Pleasure. Aber so wirklich gut ist er nicht. Das weiß ich. Aber er macht mir einfach ein bisschen Spaß. Oh, ein Scharfschütze. Guck mal eine an. Guck mal eine an. Hallöchen. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Den ganzen Batzen. Uh, 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 uh. Weiter, weiter, weiter. Da hinten. Ah, nein, die Bäume. Nice. Nice. Da ist was. Den Stack füllen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, das Magazin kann einfach mal nicht groß genug sein. Ich will so ein Trommelmagazin haben. Yay. Weiter, weiter. Mal kurz zu LMG. Just for fun. Ach, die geht ja wieder nicht. Auf den Schildern. Das hab ich die ganze Zeit nicht einkalkuliert. Na gut, dann ist das unsere Deckungswaffe. Wir wissen Bescheid. Oh. Oh, was war denn das gerade eben? Er, er, er. Nice. Deckung. Dranbleiben. Ist nicht ganz so zielgenau, ne? Wie die Police, aber geht schon in Ordnung. Hatte schöne Schussfolge. Merkwürdige Kombi auch für mich. Ein Glück, hab ich da noch keine Materialien reingesteckt. Wir müssen uns dran gewöhnen. Mehr nicht. Plunder. Endlich wieder richtig plunder. Die Taschen sind leer. Und ich werde wahrscheinlich wieder Kisten sparen. Bis in die übernächste Saison. Das war so lustig. Ich hab's beim Schneiden dann gesehen gehabt. Was? Wie bitte? Wir haben noch Season 9-Belt. Und die Klamotten sollte ich auch immer abholen, ne? Bevor ich das wiederum verpeile. Hier. Dankeschön. Alles cool. Ist alles durchgeladen. Bis zur letzten Patrone. Und dann rein in die Action. Go, 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 go. So, draufhalten. Yay. Wechsel. LMG. Wenn wir sowieso nicht mit dem Schild rumlaufen. Nice. Saftig. Mehr. Kette, Mensch. Kette, Kette, Kette. Sauber. Das sind schöne Zahlen. Und da hinten noch. Draufhalten. Ja. Das hab ich heute schon oft genug gesagt. Man kann's auch übertreiben. Los. Wir flummeln die alle weg. Mit einem Rutsch. In der Emission kann er sich ein Gewehr aus dem Nichts zaubern. Er ist sehr mächtig. Nicht ohne Grund ist er der Präsident. Nein. Plunder. Plunder, plunder. Weiter. Äh, noch mehr Plunder. Hier habe ich schon. Das waren Kopfschuss-Schadenhandschuhe. Unter anderem. Let's do this. Oh, warte mal. Das Talent hat man überrollt, ne? Von der LMG haben wir gemacht. Strapaziert. Hier ist noch eine Hütte. Für noch mehr Ressourcen. Er hat ein Memento. Neid pur, Mensch. Ich bin so neidisch. Ich mach die Kiste auch für uns. Plunder, äh. Nachtwächter. Ja, ist zu blau für mich. Muss ich sagen. Habe ich weniger Interesse dran. Oh, ne? Wir können. Der andere kommt ja auch noch. Entschuldigung, ich bin hier gerade direkt vor die Füße gelaufen. Wollte ich nicht. Und jetzt zusammen zuschlagen oder wie? Ich weiß auch nicht, wo die hin sind. Ich glaube, ich muss meinen Stehtisch ein Millimeter nach oben fahren. Ein Kleinen. Ist noch nicht perfekt. Na, na, na. Kommen sie jetzt hier oder was? Es will wieder keiner kommen. Sonst stehen die immer die ganze Zeit da. Na, daneben nicht. Dann komm ich eben. Abtronnig. Oh, oh, oh. Achso, deswegen. Deswegen. Vorsichtig. Taktisch zurückziehen. Drohnen. Oh, oh, oh. Ja. Komm zurück, Mensch. Das sind abtronnige Agents. Wir müssen auf jeden Fall. Ah, 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 ah. Zusammenhalt. Genau, zurück. Ich will auch zurück. Go. Ja, schön zurückhalten. Das ist ein langer Kampf, ist das? Kann ich da ran, vielleicht ohne wegzusterben? Theoretisch schon. Ein Sitzi. Miese Säcke, die. Kommt doch mal ran. Die kommen nicht. Doch, da kommt er. Er ist nicht so feige, wie er aussieht. P-P-P-Police. Er, er, er drauf halten. Oh, der andere kann mich beballern. Ungünstig. Reitenwechsel. Der heilt sich doch bestimmt gleich. Oh, kann ich hier lang ballern? Es geht, aber ich kann nicht so richtig sehen. Oh, 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 oh. Uh. Alter Schwede. Alter Schwede. Eine ganz üble Granate. Nein, wir müssen hier bleiben. Wir müssen zusammenhalten. Hier sind wir safe. Wir können hier leben. Frischwasser finden wir bestimmt auch irgendwo. Gut, ich komme rüber, okay. Das ist eine schöne Kante oder auch nicht. Oh, doch nicht. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Da konnte ich mich direkt angucken. Das ist keine gute Grundlage. Da hinten. Irgendwas habe ich da gerade. Vorsichtig. Sehr gezielt geworfen. Das muss ich Ihnen lassen, Herr Abtrüniger-Agent. Außer aus dem Bereich. Draufhalten. Draufhalten. Das war Unachtsamkeit von ihr. Ah, ah. Und das von mir. Na? Kann mich einer erwischen? Ich hoffe doch nicht. Jetzt. Ein Stellungskampf. Wie im Buche steht. Nein. Geh weg, du hässliche Drohne. Ich sehe dich, Mensch. Ich habe dich sofort mitbekommen. Auch ohne mein Mindestmaß an Kaffee. Oh, oh. Nein, 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 nein. Das schlimmste Feuer, wo gibt's? Aber wir haben hier so einen schönen Bereich. Den hat einer von uns hier gezaubert, ne? Das ist ein wahrhaftiger Support. Ja, jetzt bräuchten wir natürlich unser... Unser supergeiles... Kopfschuss-Schan-Sniper-Rino-Bild. ...oder zumindest vorbereitet. Man könnte doch jetzt bestimmt einfach wechseln. Draufhalten. Ja, brenne, du Hohn. Brenne. Hauptsache wir treffen Oh Gott, es tut mir so leid. Es war wieder die Ecke Kommt zurück, aber offensichtlich Offensichtlich Ich komme zu dir Sehr messy Tut mir so leid Lecker Welches Dressing nehmen wir Witch, okay okay nein danke sehr danke 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 am schlimmsten macht mir gerade die fehlende munition zu schaffen aber liegt durch eine dankeschön o mein gott police jetzt jetzt wird alles anders aber sowas von aber genug schuss naja ein paar magazine aber liegt gleich noch mehr muni ich helfe ich helfe komm her vom stück heran schön zu halten genau mit beiden händen machst du gut wunderbar das wird schon den kriegen wir jetzt dem ist oder druck setzen keine sorte schießt sich zurück glaube ich nicht er ist ja das gewesen eine um schakalaka da geht doch allein der kram ich komme ich komme von nein was soll denn das wollte ich gerade wiederbeleben ich wollte gerade die freuden genießen jemanden zu helfen beim nächsten mal monika ist sofort als jetzt weitergehen der kram mensch der kram der lohnt sich ja mal total abtrünniger kram so ein bisschen verrucht macht doch gleich viel mehr spaß dankeschön job plunder 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 gehen wir dann wieder das nächste mal durch macht man auch glaube ich gar nicht im einsatz oder wer macht das wer macht das von euch macht man muss ja ein bisschen fix gehen schrotflinte war auch im gebrauch aus versehen ich probiere das mal kurz aus ich habe die schrotflinte äh quatsch die lmg in der hand holt das schild raus und er wechselt zu okay einer anderen waffe aber nicht zur schrotflinte aber ich glaube wenn die andere waffe leer ist nimmt er die schrotflinte bzw die handfeuerwaffe dankeschön kram 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 ressourcen ist gut jetzt wir haben uns alle gefangen wir können weiter auf uns wartet auch so ein bisschen action die normale action nach der abtrünnigen action wo jetzt wo sind sie vorhaben sie sich versteckt nicht übertreiben hier ist in ordnung hier bleiben war oder doch ein bisschen weiter nach vorne ist okay das in ordnung kommt raus zeigt euch ja schon brennen sollt ihr das geht hier nicht ich muss doch weiter nach vorne ein bisschen zumindest hallo bestes timing zum nachladen den typ an der mini kanone eliminieren wichtig die kleinste er hat schön müssen lmg power weiter rücke vor das blitze gegen uns oder gegen die gegner ich glaube er zweiteres wo er hat er gut gefunden nämlich nämlich blunder in die luft geschlagen noch mal den anderen kram den anderen verbrauchskram ja eben alles mensch du bist jetzt der böse präsident ich sehe da sowieso nicht mehr durch bei der ganzen geschichte hier bei der vision und wieder eskalation auf einen schlag hier bei den bungalows weiter poli drauf halten jawohl ja rücke vor das deckel schön gefüllt müssen die lmg rausholen kommt hier nicht noch einer oder zwei da kommen sie er er stehen geblieben naja ob sich das lohnt hier mit der lmg ich weiß nicht das ist eine gute und berechtigte frage also da hätten wir schon ähnlich hohe zahlen gehabt bei der mk 16 taktik vorsichtig gelag nun schieß weiter ich glaube auch ein bisschen schneller ne ist das magazin wenigstens ordentlich groß 50er ist auch nur ein 50er magazin also der grundschaden verspricht eigentlich mehr aber schaden gegen ungedeckte ziele ne ich glaube das ist das problem wir haben ja in unserer spezialisierung auch sturmgewehre aktiviert ne und dann können wir hier einfach mal just einfach so hier zu einem k 16 wechseln hier noch mal bitte chance gegen die chance aufschuldigung chance gegen krit niemals krit hey junge was ist denn los mit dir aber wirklich ich habe doppelt geklickt ihr müsst mir glauben haut den werte gegen checken 58 58 das ist jetzt unser baller man ich bin sehr enttäuscht von den lmg sehr enttäuscht ein glück ich sag's ja ein glück wir haben keine ressourcen da investiert noch durchlaufen ich komme ich komme da ist noch kram versteckter geheimloot in großen bunten kisten ja gleich weiter keine panik habe ich sonst irgendwas zu treten steht das wasser mhm da ist auch koffein drin so ein pre-workout booster aber den trinke ich einfach so aber nicht zu spät go 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 ist auch eine gute kombi eigentlich ne sturmgewehr und dicke sturmgewehr schießt jetzt nicht ganz so schnell wie die dark winter aber wir haben ja auch nur einen hunderter potenzial stack war kurz ich war kurz wo sind sie denn da sind sei ja 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 wechsel schön weg ballern hier ja die schadenzahlen gehen in die gleiche richtung wie von der lmg aber generell der wechsel ist doch eher hinderlichen au 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 der pixel und dann war es eher hinderlich gerade hier im graffel ich gebe mir mal eben ein medikett ja ist irgendwie ne naja polize ist halt polize na 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 da wünsche ich da überhaupt was weiß es nicht hallö hier noch mehr freunde erwarte kurz aber da gibt es ja auch so eine leiste ne waffenwechsel oder so kann man nicht das auch ganz zufällig als attribut haben wenn man es darauf anlegt ich theoretisiere ja gerade nur aber zurück zum thema die police ist einfach ein verdammt gutes sturmgewehr über jeden zweifel erhaben schießt schnell macht moderat viel schaden mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen da waffenwechsel die mk16 haut einfach ein gutes stück hier mehr rein was geht schneller magazin wechsel oder waffen wechsel naja es geht schon glaube ich schneller eher das magazin ja eindeutig es geht eindeutig schneller ein magazin zu wechseln als eine waffe zu wechseln das ist hiermit jetzt wissenschaftlich erwiesen also situativ könnte man die waffe wechseln wenn die gegner direkt einen vom gesicht stehen der da der muss als erstes erledigt werden killer genug auf dem meniskus mensch meniskus ich hab dich erwischt ne und jetzt geben wir dir den rest schande steht der feuer muss das jetzt sein das ist eine brandgranate gewesen aua hilfe hilfe broni rette mich da geht doch gerade so noch überlebt wir kommen wir nehmen sie in die zange ja